Okay, was wollen wir fliegen? Wir müssen in den Map und nachher in die nächste hast du Map. Achso, ja genau. Aber wie ist denn, spielen wir jetzt mit Skrull, da brauchst du bloß Captain Chat und dann weißt du, was du machen musst. So funktioniert das ja. Oh nice, das kann ich jetzt dann ja rausschneiden, die Stelle. Stimmt, ich hab halt das Ding jetzt hochgeladen, das kann ich ja mal ins Posten. In der Aufnahme, die ich hochgeladen habe, hörst du halt gar nichts von dem Messer geklappert, bis auf die Stellen, wo die Kuh oder ein anderer was labert, sodass ich die Spur drin lassen musste. Ob du dann im Hintergrund so ein übelstes Geklapper hörst. Achso, weil das ist geklappt, wenn man rausgeschnitten hat. Ich hab auch zum Teil einfach seine komplette Stimme rausgeschnitten, weil der immer irgendwie so Ich hab keine Ahnung, was er gesagt hat. Oder irgendwie so Redacted. Ja genau, irgendwie, was hat er gesagt? Irgendwie so Alter, Junge müssen sehr geholfen. Was lauert der? Ja, keine Ahnung, der war betrunken und so Ja Muss ja nicht sein, ne Kliegen wir weiter mit der Junker? Ach, der Bob ist back, glaube ich Gut, dann geht's jetzt los Sag mal Schreiben Hallo Hi Oh, was gibt's? Also, Scroll ist gegen alle meine Schiffsvorschläge Ist das Besondere die Breitseitenführer? Ich glaubt Okay, wer von euch will was machen? Okay, you got a Mobula now Er hat jetzt eine Mobula, ist aber auch egal Ähhhh Die ist denklich, ey Das Incendary kann ich mir noch da vorne hin, oder? Mach ich Was hast du gefragt? Das Incendary hab ich mit Grease getauscht Ja, 5 Minuten übrigens, also Weiß du Bescheid Aber ich glaub, ich pack mal wieder Hydro ein Keine Ahnung Okay, also dann Urikal vorne an der Hülle und, ähm Gatling, beziehungsweise Atemis Okay Wie einfach niemand ready gemacht hat bei 5 Minuten Das ist Das ist immer wieder schön Und ansonsten, also wenn wir halt auf der rechten Seite schießen, dann werden wir halt Finale schießen, so Okay Ich bin da grad schließen, komm ich denn zur Hülle hoch? Oh doch, geht ja Ich hab grad irgendwie die Hülle mit dem Ballon verwechselt und mich hier wunderbar nach hinten sprinten muss Ne, genau, ne, die Hülle ist da vorne Oh, ich glaub theoretisch kann ich die auch reparieren von oben Ähm, wir haben die ein Disconnect irgendwie Ja, wir haben die irgendwie Oh, ich Disconnecte Oh Hooray Im letzten Turnier so Swiss Highlander, als ich die Q in Adern rausgeworfen wurden wegen Ein Disconnect Ist es schon vorbei? Das war irgendwie so nach dem dritten Match oder so Ich bin jetzt bei Skrull, hey Haha Oh, 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 what ist happening? Ich weiß, wie vier von euch disconnected At the same time Basically Oh, weird Ich press red und dann ist es dann wieder disconnected Ja, oh Ja, ich will eine Refund Okay Oh, das schließt mich ein Durchaus Ja, schon, okay, sind wir beschäftigt Gelegentlich schließt das Upreddien Kapitäne ein Ab und an Ich meine, man kann ja noch mal extra Zeit da bitten, aber Ich weiß nicht, ich glaub, das fackt nur alle anderen ab Ja, wie war das beim vorletzten Turnier oder so Als ich Letztes war ich noch nicht da, glaub ich Was war beim vorletzten? Und wir haben ja noch mehr Zeit gebraucht Und dann war einfach so, äh, Pause, Psychros, Kacken Ne, Durchfall Ne, Lupin hat einfach geschrieben Durchfall Ja, und ich saß halt in der Lobby und hab irgendwie noch an den Rollout rumgeschraubt Ach, nice Ach, nice So, so Verdammt, ich hab vergessen, obwohl, ne, stimmt, ich soll ja charge mit dem Weg in den Gatlin verfahren Ja, das ist weg hier Ich hab das vor allem erstmal so, so, so halbwegs ernst genommen, wie ich so dachte, das klingt zwar cool Ich hab da gerade charged in die falsche Knarre geladen Hm? Sentinous, okay Ja, ich mach das Ja, jetzt ist Bur- äh, Burrystunner What the fuck? Und was war das? Wer war das? Ich bin grad nach oben gegangen und hab geguckt, welcher Clip oben drin war in der Artemis und hab festgestellt, dass es Burst war Wurst Okay, Aufregung Burst 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 Eine Burst Oh, heilstille jetzt hier Mehr links, Mehr links Darf ich feuern? Passt Passt Erstmal Ich glaub wir sind zu weit weg Ja, wir sind zu weit weg Ja, wir sind zu weit weg Wenn der jetzt drückt Soll ich lieber mit normaler Munition, oder mit Charge? Call it! Charge geht ein bisschen weiter Feischer Okay Ich brauch irgendwie immer drei Schüsse zum Einzielen und der dritte trifft da immer und dann bewegen wir uns sowieso und dann ist der Marsch zu zielen Der war immer noch out of range? Ich weiß gar nicht wie die Arte ist, halt Ich weiß gar nicht wie die Arte ist, halt Ist doch eigentlich wie eine Sniperwaffe, also eigentlich bist du die Kopfhörig mal damit um die Treppe Ja, aber es ist halt schon noch Ja, aber es ist halt schon noch Oh, freut mich Komm schon Ah, jetzt Ah Da Ja, jetzt sinkt dieser ab Jetzt kommt der Laser, der nicht reacht Achtung, da kommt eine Goldfisch Goldfisch Verdammt, ich lade grad nach Ja, die kommt ziemlich schnell Ja, wir müssen auch erstmal Fisch, das sind die Knarre Okay, Knarre ist weg Oh, Leute, die hat einen Hüllenbruch gehabt Naja, weil die Komm schon, brich Ja, die Mobula ist halt jetzt ungeil so Aber sonst knall erstmal auf die Mob Aaaaah Bin fast soweit Auf die Mob Scheiß ich jetzt hier Töte sie, bevor sie Eier legt Da waren fünf Schüsse Oh, leck mich da Das ist jetzt natürlich ungeil Jawoll Die Mob sieht ziemlich Gute aus Fisch Wo ist der Fisch? Da vorne? Yo Perfekt I'm not sure, but I think he is out of range Ah, jetzt ist es besser Out of the range Ich geh mal an der Flank Out of the range произош ends Oh Was hat uns denn der Flamme gesteckt? Wir kommen doch Ah, was hat uns denn der Flamme gesteckt? fragte er als der Flamme einfach aufgeschickt hat Das muss nur mal reparieren Oそar Obwohl, geht schon, brauch ich nicht. Na shit, sorry für die Phoenix Claw. Ich kann dir tatsächlich helfen beim Reparieren, merk ich gerade. That's a game changer. Oh nice. Gute Nacht. Also gleich. Kann man auf irgendwas focken? Na mit dem Spyglise kann man dann natürlich nicht auf den Ballon hauen. Ist eher ungünstig. Ich weiß nicht, warum ich mir gehofft, dass die Idee verfallen sollte, dass es möglich ist. Ich mein, klar, du kannst draufhauen, aber... Okay, ja, okay, ganz ehrlich, so wie ich verstehe. Ist schon logisch. Brauche ich gleich noch reparieren, Hilfe bei reparieren. So spät. Das war jetzt interessant schnell. Das war wahrscheinlich sogar noch der Flammenwerfer Schaden, der uns gekillt hat. Wird immer nur noch so... Noch nicht mal einen halben Strich. Wird wahrscheinlich eh nur noch so ein oder zwei HP. Aber ich umblick jetzt, ähm, die Goldfisch hat uns, äh, den Ballon... 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 äh... Da sind sie immer noch. Da sind sie immer noch. Oh Gott, der Flugreise geht ja an. Warte ich gleich zum Hut, Bürger, Alter. Was? Ich glaub, ich mach schon wieder Munitionsladungen kaputt. Sorry. Was machst du, du? Das ist die Burst ins Engine geladen. Die Burst in die Engine, jawoll. Wer kennt das nicht? Ja, das sind mir auch schon zwei, drei Mal vorgekommen. Boah, Lochner gar rein. Still, still, still. Lochner gar in die Engine versuch. Da kannst du einen Meter mit Lichtgeschwindig gefliegen. Nicht Bienen, Leute. Ja, ich will grad, es gibt doch irgendwie einen übelst krassen Geschwindigkeits-Buff bei... na, wer ist das? Allianz. Südost, ne? Wenn du da drei Sachen gleichzeitig aktiv hast, da kannst du doch überschnell werden. Südost. Südost. Das ist ja rechts von uns. Ja. Oh, ich seh da nix. Also, südöstlich hinter den Bergen ist ein Fisch geflogen, sagt er. Kommt ein Fisch geflogen. Oder, ne, dieses... Dieses bayerische Lied von diesem Fisch, der... Schogiii... Lick da da oder Fisch im Wasser... Den macht Mahi... Den macht Mahi... M-m-m-m-m-m-m-m! Dick, m-m-m! Dick, den Fisch den macht Mahi! Den macht Mahi... Der is' schon hi! A-feuer by the way. Den Händen sind gerne. Mopsi, da! Ich iss' n bisschen. Oben. Ne, die da ne. Fokussieren auf den Laser! er hat den ballon wir auch touché ich schieße aber auch nur daneben da ist ein fisch irgendwo hinter uns alles brennt und der goldfisch ist tot explodiert und dahinter taucht eine pyromedian auf einfach direkt hinter ihm mein total daneben gezielt ist ja genau warum drehen wir nicht aber die eine engine fehlt so löschen wir nach wie wo ein bisschen beleuchtung kann dem schiff doch nicht schaden das ist permanent so dunkel sagte der engineer und entzündete die engine hihahaha stelle mir vor kerosin würde eine gewisse chance die engines zum fackeln bringen einfach so 10% auf flame stärke 5 er hebt nicht hydrogen die chance an dass der ballon in flammen aufgeht keine ahnung auf jeden fall das ist ein ziemlich geiler also nicht von alleine aber spontane entflammung einfach so random im game fuhm sie sind tot und du hast kein feuerlisch an bord so nach dem motto wie war das nachts am raid treffen sich der captain der gunner und die zwei engineers an der rüge also wenn wir kurze zwischen absprache wenn wir die mob disablen dann fokus auch gerade auf dem laser ja ok der ist mittig oben also was du glaub ich eh schon gemacht hast ich dachte da war ne merck ne also ich mein ich hab nicht drauf gezielt weil ich hab die lammercheck aber ich dachte der wär woanders ne du zielst bitte nicht auf die ne das wäre schon irgendwie ein bisschen super optimal ein bisschen ist das schon alles was ihr zu bieten habt ihr gator mauu was wollt ihr dann mauu 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 oh gott weil das ist immer wieder so richtig hart im sohngeschissen ah egal ich weiß noch bei diesem turnier also nicht turnier sondern dieses krasse ding was auf dieser map von vorhin war äh wo ich in der crew von diesem friedman war äh ist das der richtige moment um das auszupeilen ich weiß es nicht eigentlich nicht aber ansonsten würde ich sagen noch ein stück noch ein stück da noch ein stück noch ein stück da hatten wir echt keine chancen scroop zu treffen mit ner watcher und mein captain so ah just shoot for distraction und scroop hat es echt verwundert was ich gemacht hat ich hab so in seine generelle richtung geschissen geschossen geschossen ja und er wusste halt nichts mehr da anzufangen ähm also das wird sicherlich auch mein neuer ätter da klippt ja rö mhm also die 20 prozentige chance dass es das siefeld des gegners begrenzt oah da kriegt da ne ganz neue bedeutung sie wurden wohl gerade westlich gespottet westlich da ist west im berg oder wat der berg ruft ne das sind die Typen die sind da hö 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 hörst du den berg rufen mhm statt ein schwuln voice pack könnte ich auch einfach im turnier schwul reden hehehehe das ginge auch Psy würde wahrscheinlich die Chancen erhöhen das ist auch passier oh da ist ne goldfisch rechts ich habe jetzt nicht mehr da rechts an der berg not an der berg please everything but not an der berg hochwert blabber jacks never die die musik schießt Ich flieg rückwärts. Wir haben keinen Ballon mehr. Wow, ein Fisch. Was? Ein Fisch? Das halte ich für ein Gerücht. Okay, linke Seite. Auf whatever the fuck you like. Jaaa... Hülle, Hülle, Hülle. Was ist dabei? Aaaahhhhhh! Nein! Das Scheißding brennt. Ich konnte... ich könnte... Als wenn das Scheißding brennt. Das ist halt... ...echt unwüßig, wir sind da. Ich hab ihren Flammwaffer ausgelöscht. Jawoll. Ach, ausgelöscht. Nonne, nonne. In Bearbeitung. Ja, ich hab die Golf7 gesehen. Ja, ich hab die Golf7 gesehen. Ah, der ganze Scheiß brennt, alter! Tschöne! jetzt weiß ich warum man da doch fragt man sich mal wieder woran hat auch nicht im letzten turnier noch ein viel niedrigeres level als doppelstern mich vorhin schon gefallen weil der hat gelernt wie man fliegt